Hallo zusammen, ich begrüße alle Zuschauer zum heutigen Wettervideo und mittlerweile ist es ziemlich mild geworden bei uns in der Region. Man kann mitunter mit der sehr dünnen Jacke oder auch sogar mit dem normalen Pullover rausgehen, ohne sich ein Groß abzufrieren. Wie es jetzt am Wochenende weitergeht und ob uns in der neuen Woche wieder Winterwetter bevorsteht, das klären wir jetzt in den nächsten paar Sekunden und wir starten wie immer mit den Aussichten für das Wochenende. Mit Sonne und Wolken beginnt das Wochenende. Im Laufe des Tages zieht es sich aus Westen immer mehr zu und leichte Niederschläge setzen ein. Dabei frischt der Wind etwas auf bei milden 5 bis 8 Grad. Aus der Nacht heraus klingen die Niederschläge am Sonntag ab. Zum Mittag und Nachmittag setzt sich häufiger die Sonne durch bei unveränderten milden 5 bis 8 Grad. Da erwartet uns also ein sehr mildes, dafür aber auch ein sehr wechselhaftes Wochenende. Und zu Beginn der neuen Woche starten wir auch mit den milden Temperaturen. Die gehen aber dann auch im weiteren Wochenverlauf deutlich zurück und liegen dann nur noch bei um 0 Grad am Tag. Und nachts sinkt das Thermometer in den leichten Minusbereich wieder hinab. Der Winter, der kommt also wieder zurück. Die milden Temperaturen weichen. Es wird aber nicht ganz extrem werden und mit den kälteren Temperaturen kommt dann auch häufiger mal die Sonne raus. Mit diesen Aussichten wünsche ich allen Zuschauern ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann in der nächsten Woche im nächsten Wettervideo wieder.